Ich bin gleich zum Stadion und ich bin mit meinem Rad hinterher. Aber ich werde ihn wohl überholen im Begarten. Verkehrsaufkommen nach dem Stadion. So Dennis, wieder all das. Ja Dennis, schwingt wir hinten rein. Hallo René auch. René auch. Du bist alle dabei. Michi, was los? Du und ich zähl, das weißt du. Peer, was los? Hau da rein. Christian, alles Gute noch, das richtig. Philipp, Tobi, hau rein. Darf ich doch sagen, dann klappt doch nix. Du hast dich auch, du bist auch wieder braun. Das gibt's doch gar nicht. Du rauchst doch immer noch. Das ist aber nicht gut. Du bist süchtig. Rauchen natürlich. Hau rein jetzt. Ich bin nicht hier, weil ich finde das Ding. Da weißt du ganz genau. Das ist der Trainer hier. Markus, schau rein. Sieh! Ziemlich eng ist man, der Junge. Ah, alles da. Was machst du jetzt? Wie geht das los? Drei Punkte wollen wir sehen, weißt du nicht? Ja. Fahr schön vorsichtig, überhol ich den Zug gleich. Tschüssi.